Hallo, wie schön, dass du hier bist. Ich meine, wie schön, dass du hier bist heute und wie schön, dass du hier bist überhaupt, hier auf dieser Welt. Wie war dein Sommer? Was hast du gelebt? Was hast du erlebt? Mein Sommer war wirklich sehr reich und sehr füllevoll und sehr wundervoll und ich freue mich jetzt auch genauso auf den Winter. Das ist ja so ein bisschen meine Jahreszeit. Es ist viel passiert. Ich habe ganz viele neue Ideen, Impulse und Programme für dich und die möchte ich gerne heute mit dir teilen. Das ist auch ein Anlass für diesen Newsletter. Ich freue mich immer, wenn du mit mir in Kontakt bist. Das bedeutet, gib mir dein Feedback. Lass mich wissen, was ich für dich tun kann und sei einfach ein bisschen aktiv mit mir in meinem Feld, in unserem gemeinsamen Feld. Und da sind wir schon bei den Angeboten. Ich liebe sie alle sehr. Gut, das sind ja auch die Felder, die ich gerade öffne. Und ein Feld liegt mir ganz besonders am Herzen und das ist das Feld der Wunder. Es ist schon offen, es ist weit, es ist voller Wunder, Weisheit und so viel Klarheit, Reinigung und Potenzial weitergehen. Weite, Fülle, Liebe und Licht. Und wenn du Lust hast, in dieses Feld mit einzusteigen, dann freue ich mich sehr, wenn du dabei bist. Es startet am 5. Dezember, geht über die Portal-Tage in die Rauhnächte, über die gesamte Rauhnachtszeit bis zum 5. Januar. Und du kannst wirklich Wunder erwarten. Und ich glaube auch, es gibt keine bessere und schönere und wundervollere Vorbereitung für dein Jahr 2020. Ich freue mich, wenn du dabei bist und schicke dir einstweilen ganz viel Liebe. Wir hören und sehen uns und bis bald.